ein wunderschön willkommen zu einer neuen aufnahme session und neuen runde von portal 2 zusammen mit dem schicke boing dem ei da drüben ja genau und wir spielen jetzt von den bonusleveln level nummer vier da brauchen wir ein bisschen länger hat die sind auch ein bisschen kompliziert habe ich das gefühl ja da wollten wir jetzt so ein neues feature einführen und hat es nicht geklappt verdammt ja mit dem permanenten view genau aber scheinbar funktioniert das nicht so wie wie man sich das vorstellt weil sonst muss man immer diese dämliche taste gedrückt halten diese hier wasser soll man nicht trinken steht hier also ich hätte es cool gefunden wenn das gehen würde das wäre richtig ja das wäre richtig super weil die die portal kanone ist sowieso immer unnütz da unten also insofern schon so ich mach mal da hinten hoch ja das geht auch geht aber ist sinnlos ja hier ist total sinnlos weil wir müssen wahrscheinlich durchdrehen das ist auch sinnlos aber warte mal haha guck mal das ist schlau guck mal hier ja ja guck mal wir können das hast du schon gut gemacht hier ja ja dann machen wir nämlich jetzt so verstehst du was wir machen ich hüpfe mal einfach dagegen ich würde noch kurz warten weil da oben ok das scheint gerade so geklappt zu haben ja ich glaube gerade so so jetzt kann man das wegnehmen jetzt verließen sie ihn ja ja das klappt was machst du da ich komme nicht durch hilfe mich nicht du musst du musst ja 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 du musst erst hierhin also dahin also erst nicht dahin laufen da geht dadurch dadurch ja kann mal passieren wir sind auf der falschen seite gewesen du musst auf der linken seite als gelber als orange so da haben wir deine plattform auch so ja die die da drüben die da die die frubbeln so ein bisschen als ob es darauf regnet so was hast du jetzt gemacht ja also wir können das machen wir können das machen sieht jetzt nicht so richtig aus aber immerhin da oben was kann man da sogar springen und was können wir hier machen ich glaube wir müssen das springen zeugs holen und dann hier hin tun oder hier oben ja aber das kleckert es da unten hin ja stimmt aber darum haben wir auch noch was was kommen wir da machen wahrscheinlich was ich mich die ganze zeit frage warum wird das wasser nicht permanent blau dann irgendwann aber moment mal vielleicht müssen wir ja ja darüber wir können sowas machen und so und dann darüber und dann kann ich nämlich hier pass auf vorsichtig hier ist ja ja genau so habe ich auch reagiert doch doch wir müssen darüber springen mit der beschleunigung der inhalt ist ebenfalls säure lasst das erst einmal also hole ich jetzt hier die beschleunigung und hüpfe dann oder heißt ja jetzt muss es aber noch da das blaue da am anfang nicht weg jetzt ist die warte mal okay so jetzt hier oben die beschleunigung erstmal der hat wohl mal die beschleunigung streifen jetzt spritzt der da ja ja super super mache ich das alles erstmal weg safe und dann so so na denn okay und dann sollte das ja klappen jawohl jetzt kannst du den knüppel hier nämlich hier drauf legen na toll da ja da los sprich rüber so jetzt aber bitte vernünftig damit abspringen so da können wir jetzt nämlich rüber war was ist denn jetzt passiert jetzt können wir noch da oben ne ja da bin ich gerade damit überlegen wie wir da oben können weil natürlich ist doch ganz einfach indem wir mit geschwindigkeit in geschwindigkeit durch das loch hinter dir und dann ach da brauchen wir ja gar nichts macht das macht ja von ganz alleine hier ist ja cool also ich meine beschleunigt hier rein hüpfen geht ja gar nicht entschuldigung so musst du hier nochmal holen aber das funktioniert nicht nee das geht nicht hei 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 wieder so eine kopfluss so kopfluss weil selbst wenn ich hier mit beschleunigung jetzt hochlaufe ja kommst du wieder zurück aua 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 warte mal nee das schaffen wir nicht ne ne schaffen wir nicht aua iiii wenn wir aber wir kriegen dort kein blaues hin ne aber das ändert ja nix weil äh weil überhaupt ich glaube das ding brauchen wir ja gar nicht hm was wäre denn ah warte ich weiß ich weiß ich weiß soll ich dir sagen was ach das da hinten ist hierfür ach ne ne pass mal auf wir hier machen folgendes wir müssen wir müssen ähm äh das bleibt hier wie es ist gib mir mal das wieder hier so gucke mal und zwar wir machen hier Beschleunigungsstreifen nee nicht Beschleunigungsstreifen du musst dort drüben ein Portal setzen mhm da setzt mal eins hin mhm und äh ja wo setzen wir das andere hin Scheibenkleister das Problem ist ich hätte jetzt von hier versucht die blaue Suppe hier zu machen und dann würdest du nämlich hier so abprallen und hier hoch springen ja das dachte ich auch aber wir brauchen genug Speed ja ja und das ist jetzt die Frage das die wobei das ding bleibt ja das ding bleibt hei hei was ist denn wenn wir die wenn ich einfach mal versuche rüber zu hüpfen also sagen wir mal äh ich bin grad tot keine Ahnung was du gemacht hast aber wir machen so und dann so und dann hüpfe ich einfach hier lang ja und äh okay äh hat besser also sah besser aus als gedacht ähm was ist denn aber warum sind die da also die müssen ja auch irgendeinen Sinn machen hm 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 wäre das ne mögliche ne doch ne ah da hast du deine Möglichkeit also so in etwa jedenfalls ah Moment warte was ist denn wenn ich dann din 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 aber ich muss aber dann auch nochmal ne also muss ich vorher noch ich versuche es erstmal ja ah fast oh 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 jetzt nochmal ja das ist es das ist es gib mir gib mich stoffen hier mal gib mir mal blau und äh 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 da wieder genau gelb musst du hier hinsetzen ja gib mich gelb und ja siehste ach ach Gladus du auch schon mal lustiger so oder, x aber jetzt er äh die demontage ist defekt ooo ernsthaft Und auch für euch, unverständlicherweise, ist es sogar lustig. Ha, ha, ha. Also haltet euch bereit. Oh, 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 oh. Es geht runter. Oh, oh. Wee! Scheibenkleister. Und wo geht's jetzt hin? Ich sehe, wie du von innen aussiehst. Oh, cool. Ich trinke mal einen Schluck. Irgendwie Pfefferminz, Zitronen, Pfeffertee. Mh, lecker. Unter jeder Montagestation ist ein Schalterraum. Findet ihn und schaltet den Strom ein. Ich wollte euch das ja schonend beibringen mit all dem utopischen Kunstmüll. Aber sie hat es nicht zugelassen. Hört mir jetzt genau zu. Wir sind nicht 100.000 Jahre in der Zukunft. Ach. Es sind 50.000 Jahre. Oh, 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 oh. Guck mal, wer da ist. Wo denn? Wir. Ach so. Oh, ja, das sind sie. Bin ich gar nicht. Noch eine Lüge. Wir stecken in Schwierigkeiten. Eine Woche später jede Menge Schwierigkeiten. Und ihr müsst unbedingt die Demontageeinheiten wieder in Gang bringen. Was denn? Ja. Wo bist du? Da. Oh, der sitzt da am rechtenen Spiel. Das ist ja süß. So, wo ist da eigentlich hin? Da lang. Da sind die Trennschalter. Schaltet den Strom ein. Beeilung. Wir müssen euer Training beginnen, bevor etwas anderes passiert. Das müssen wir gleichzeitig machen wahrscheinlich. Okay, warte. Und. Gut. Die Demontageeinheiten sind repariert. Stimmt nicht, aber sie sind nicht mehr ganz so kaputt. Das ist eine am Ende dieses unvollständigen Testbereichs. Ja, und? Das ist jetzt so. Ui. Was haben wir hier? Oh, oh. Türme. Was ist das nochmal für eine Suppe hier? Das ist hier für Portale. Nee, nee, Portale. Ach ja, Portale. Das ist Portal-Kleckskacke hier. Ja. Damit können wir... Warte mal so hier. Gucke. da gucke darüber ich crente gerade alles eingehen also da oben sind schon mal blöde Dingens. Ja. Da müssen wir irgendwie hin. So, ich gucke. Ey. Kannst du einfach hier mein Portal wegklecksen? So. Ich kleckse erstmal alles voll hier. Ja, klecks mal schneller. Ja, kommt doch. Du kannst doch weiter klecksen von der Stelle woanders hin. Ach so. Ja, und jetzt? Ja, irgendwo anders hin. So, ich kleckse mal jetzt hier lang. So. Und Achtung. Warum? Wo kleckst du dahin? Ich kleckse gerade hier irgendwo. Aber ich glaube, wir müssen hier hin. Ja, ich kleckse ja bloß hier voll. Dass ich von dort... Ich komme hier von dem Ort nicht weg. So. Warte. Ich komme hier nicht durch. Ich bin zu dick. Verdammt. Ja. So. Danke. Bitte. Das ist es. Ding, die, 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 die. Oh, ich kleckse hier alles voll. Oh, alles voll geklecks. Ich habe den Cube. Ja, alles. Ich habe den Cube. So, wo müssen wir eigentlich hin? Da oben müssen wir hin. Ah. Das heißt, warte. Achtung. Ich hoffe, es geht. Es reicht. Nee, es reicht nicht. Aber es reicht nicht. Doch, von da. Oder? Nee. Wir brauchen... Die Wand hier. Wir brauchen die Wand und du musst zurückklecksen. Wir müssen Doppelklecksen machen. Ich kleckse. Ich kann nicht klecksen auf der Wand. Nicht? Wand ist unklecksbar. Ja, die ist unklecksbar. Du bist einfach unklecksbar. Vielleicht musst du hier unten auf den Boden und ich fange es dann auf. Ich mache mal so hier. Die müsste klecksbar sein, die Wand. Ja, warte. Ich kleckse. Ja, die ist klecksbar. Nö. Das ist zu... Du musst zu klecksig. Du musst, glaube ich, ein bisschen anders klecksen. So, jetzt... Ah! So, jetzt. Nein! Halt! Bleib stehen! Hey! So, jetzt aber. Irgendwie brauchen wir mehr Schmackes. Wir brauchen mehr Schmackes. Ja. Da kommt irgendwie nichts bei rum. Ich muss relativ weit oben das ansetzen. Ich sage sie noch da. Ja. Die ist definitiv klecksbar. Oh, da spritzt was. Versuch mal, ob du da angesetzt kriegst. Warte mal. Ja, ich gehe mal ein bisschen tiefer. Klirr-Moment. Ach so, so. Nee. Aber der spritzt schon ziemlich weit von da aus. Ja, ja. Wir brauchen Lust da drin. Ja, guck mal hier. Haha! Guck. Kommst du da ran? Äh. Wenn ich hier jetzt an die Seite was schießen könnte, wäre das super. Ja, kannst du. Jetzt nur noch hier andersrum. Ach nee, warte. Wir haben der nicht. Genau. Jetzt. Besser. Nee. Scheiße. Scheiße. Ich glaube, das ist nicht die Lösung. Warte mal. Das sieht super aus, aber irgendwie. Wir müssen höher. Viel höher. Aber wie? Eigentlich müsste ich jetzt. Warte mal. Eigentlich müsste ich jetzt hier dir das rüberklecksen. Und du musstest wirklich gucken, ob du das nochmal eingefangen kriegst. An der Stelle. Da irgendwo. Ah! Aber das geht nicht. Ach, das muss gehen. Aber nicht so, oder? Ja, wir brauchen doch den Schwung eigentlich. Das Momentum. Ja, genau. Auch den. Aber wie? Vielleicht müssen wir ja doch noch da oben. Ah, guck mal hier. Hier ist... Oh, 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 nee. Oh, oh, oh. Hallo. Ich bin hier oben. Okay. Aber hier oben. Können wir hier in eine Wand hinzaubern noch? Irgendwie. Wenn ich jetzt hier weiter spritze. Ah, so, da. Und dann von da aus, äh, irgendwo hin. Ja, das ist irgendwo hier jetzt gerade. Ähm, ich bin verwirrt. Also ich, vielleicht, dass wir uns nach da oben zu hinarbeiten, weißt du? Ja, na, ich würde hier gerne hochkommen, aber ich komme ja nicht hoch. Ich komme ja nicht hoch. Ja, dann nimm noch deine Portale mal weg, oder wo? Oder ich hole... Nee, warte, ich bring meine. Wo bist du denn? Wo bist du? So. Wo bist du? Jetzt kleckst er da drüben. Ich sehe dich nicht. Wo bist du? Ich bin jetzt hier. Ah, da. Komm hoch. Wie. So, jetzt kleckst er nämlich hier drüben. Also ich dachte, wir klecksen halt hier so irgendwo hin. Ich kann nicht klecksen. Derzeit. Ja. Verdammt. Ah, das kann doch nicht das Rätselslösung sein hier. Weil, außer um vielleicht nach da oben zu kommen, nee, auch nicht. Aber wir kommen ja nicht bis nach oben. Weil es gibt ja auch nicht mehr Schwung, oder doch? Mal gucken. Wie viel Power gibt das Ganze jetzt hier? Geh mal unten. Oh, das spritzt aber ganz schön weit, du. Wo denn? Oh. Warte. Ich habe falsch angesetzt. Doch. Ah, naja. Naja. Das hat schon mal weiter gespritzt, wa? Ich dachte, das wäre eine Lösung. Aber nein. Ähm. Was wäre denn? Mal überlegt. Hm. Da kriegen wir ja nichts hin. Schade. Was ist denn da oben? Wo? Wo kommen wir da oben? Da ist doch so eine... Ja, ja. Na, ich versuche ja gerade da irgendwas hochzubauen, aber... Irgendwie will mir das nicht gelingen. Das wird auf den Steg kommen, oder so, ne? Wird er auf den Steg? Ja, ich kleck's hier noch ein bisschen was ein. Ich bin runtergefallen. Vielleicht reicht das ja schon. Ich bin runtergefallen. Verdammt. Jetzt aber. Nee. Vielleicht müssen wir das einfach mal... Ja, das könnte klappen. So. Was machst du da Schönes? Ich kleckse. Okay, kleckst du mal. Ach, Mist. Warte mal. Da? Nee. Da auch nicht. Hier geht nicht. Das ist erfolgslos. Das ist beschissestes. Ich komme da nicht hin. Das ist beschiss. Wobei... Nee, warte mal. Warte mal. Ja. Ich glaube, ich hab Idee. Du Idee. Okay. Ich glaube, ich Idee. Ich glaube, ich Idee. Okay. Dazu bedarf es aber... Moment. Moment. Nein. Klapp dich. Das wäre nämlich die Idee, dass wir uns hier hoch, aber... Weißt du was? Ich mach das jetzt so. Was denn? Ich geh jetzt einfach darüber. So. Okay. Schnauze voll. Ach so. So jetzt auch. Ich weiß zwar nicht, was es bringt. Rein gar nicht. Okay. Doch, wir können jetzt von hier springen. In den Tod. Ja. Ach nee. Darüber. Ah. Ja. Nee, können wir auch nicht. Nee, können wir nicht hier runter springen und uns dann beschleunigen bis dahin. Ja, und wo hast du eine Schräge? Hm. Die einzige Schräge ist hier. Hm. Ich dachte, es wäre vielleicht eine Lösung. Jetzt kommen wir hier nicht mehr runter, wa? Hahaha. Doch. Doch da. Okay. Okay. Grübel, grübel. Tja, was soll ich dir sagen? Achtung. Guck mal hier. Ja, das sah gut aus. Ja, aber pass mal auf. Das geht ja noch weiter. Huch. Komm, ich komm hier nicht weg. Ah. Ah. So. Guck mal, ich bin jetzt hier. Und was wäre denn, wenn ich von hier... Ah, Mist, hier ist noch nicht so viel Weiß dran, ne? Aber ich könnte... Aber guck mal, ich... Halt, so. Achtung. Ey. Von da? Ich wollte da, so. Nee, das reicht nicht aus. Hm. Hast du schon wieder geklaut, das Ding? Nö. So. Das reicht auch nicht. Das kleckert bloß hier unten ran. Ey, ist denn das? Haben wir da drüben irgendwas? Also wir brauchen drüben auf alle Fälle den Würfel. Das ist schon mal Fakt. Ja. Die müssen wir eben wieder rüberbringen. Ja. Stehen wir denn hier so auf dem Schlauch immer? Ja, das ist also... Pass auf, nachher ist das total einfach. Das ist bestimmt total einfach. Aber wie einfach? Müssen wir uns nicht beschleunigen? Einfach runterspringen? Warte mal. Ähm, das ist da? Nee. Das ist doch echt nicht wahr. Geronimo! Ich hab... Oh, ah, ah, ah. Ihhh. Ich, äh, ja. Das war Let's Play Portal 2. Äh. So, nochmal. Achtung. Ich nehme die Suppe. Die Suppe. Ah. Uh. Guck mal, wie haben sie. Ah. Achtung. Jawoll. So wollte ich das. Und jetzt, äh. Kann ich hier oben... Oh. So. Kann ich nämlich so machen. Haha. Jetzt haben wir es, glaube ich. Äh. Äh. Warte. Äh. Äh. Komm, komm, komm. Ja, mir. Chiki, es klappt. Ja, geht's? Ja, geil. Ich hoffe. Wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr Schub. Jetzt kommt mehr Schub. Ja, da ist noch was. Da kommt noch mehr. Los. Bitte. Ich nehme schon mal den Cube. Äh. Wir brauchen nur ein bisschen mehr Klecks. Ein bisschen mehr. Ein bisschen. Komm. Wir brauchen... Ja, ja. Oh, bitte. Das ist... Kann doch nicht so schwer sein. Äh. Ich kriege hier nicht mehr raus. Das ist das Problem. Und das sieht schon so gut aus. Ja, aber es reicht nicht. Es ist nur ein Stück. Aber der Plan war gut. Ja, aber die Ausführung ist scheinbar im Kleister. Ach, Mensch. Wir brauchen noch irgendwie nochmal Speed. Kriegen wir den irgendwie irgendwo hin? Na ja, also du kannst ja im Prinzip kannst du ja da unten einen Portal machen. Ja. Oder nee, da oben einen Portal machen. Ich mache da unten einen. Nee, da oben einen. Mach mal. Ja, mach mal so. Und dann schickst du es dann da. Und du musst dann da das andere hinpacken. Ja, okay. Nee. Äh, warte. Warum lässt du das nicht erstmal? Und wir adjustieren das und gucken, ob es reicht von der... Das reicht doch nicht. Ja, aber lass doch mal eine Sekunde laufen, Junge. Ich mache das hier nochmal. Da. Ja, mach mal. Guck da. So. Das macht... Wir spritzen nochmal ein bisschen. Das Problem ist, wir kriegen den Winkel nicht. Jetzt sind wir da oben. Das ist das Problem. Ähm. Und da? Unten? Wo? Wo? Jetzt, wenn du nochmal oben machst... Ja, zeig doch hin. Zeig doch hin. Ja. Da. Wo spritzt der jetzt hin? Okay, und wenn ich dann hier hingehe... Dann bist du da auf der Ecke. Ja, das ist ja schon mal gut. Warte mal, da kommt was. Da kommt... Da hinten, da hinten. Weiter, weiter, weiter. Ah. Es könnte... Sieht schon, äh... Interessant aus. Da ist er. Ah, aber jetzt müssen wir die Bieste da wegkriegen. Ja, warte mal. Uh! Wir müssen bloß andersrum drin springen. Aber wir haben es schon mal nach drüben. Das heißt, wir können die Klecksauce von da drüben auch woanders hinpacken. Und... Warte mal nach drüben auch woanders hinpacken. Ui, ui, ah! Also vielleicht können die ja die mit dieser Klecksauce killen, weißt du? Nee, kannst du nicht. Nee? Nee, weil die hat ja keine Auswirkung, die Klecksauce. Oder einer springt schnell rein, setzt den Cube dahin und... Äh, warte mal. Ich probiere mal kurz was. Äh, von wegen schnell rein und so. Ähm... Äh... Äh... Ja, ich bin oben, okay. Achso, du bist jetzt auch weg. Ah, ha, 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 ha. Ja, ich komme wieder. Äh, ha, 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 ha. Äh, aber wir haben's gleich, wir haben's gleich. Wir ziehen's jetzt durch. Was denn dat denn, himportier? Was denn? Wo portierst du... Wo bin ich jetzt? Ja, du bist jetzt da drüben hier und wieder runtergefallen. Wah, 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 so. So, jetzt probiere ich nochmal. Wir haben jetzt hier da die Kontrolle, die volle Kostenkontrolle haben wir da. Ah, sehr gut. So, dann möchte ich... Da hinten an der Wand können wir nicht. Genau, dann springe ich jetzt hier ganz schnell rein und versuche den Cube da drauf zu setzen. Ja, aber der macht bloß das Tor auf. Achso, ja. Du könntest aber vielleicht ein Portal dort drüben setzen und gucken, dass man das irgendwie gedreht kriegt. Da eins hin und das andere da hin. Achso, okay. Ja, okay. Ja, das macht Sinn. Hinter die Biester, ne? Richtig, wenn's möglich ist. Guck mal, da passiert gerade was. Oh, das sieht schon gut aus. Da ist es. Da ist es. Sehr gut. Huch, halt. Halt. Ich bin hinter dem. Ja, weg mit euch. Jawoll. Jawoll. Das war einfach. Ja, aber sowas so easy. Wahrscheinlich gibt's noch eine viel einfachere Lösung. Klar. Ja, aber einfach wäre ja auch zu einfach. Folgendes Problem. Hier befindet sich ein altes Prototyp-Gehäuse. Ja. Niemand hat es gefunden, sich damit verbunden und will jetzt meine Anlage übernehmen. Die ganze Woche habe ich versucht, einen dieser Menschen in eine Tötungsmaschine zu verwandeln. Okay. So eine wie, na ihr wisst schon, Bären. Ja. Es ist erstaunlich, wie wenig so ein Mensch aushält und wie überaus lautstark sie das mitteilen. Lange Räder, kurzer Sinn, alle Menschen sind tot. Damit hängt alles an euch zwei Matschbären. Ja. Du weißt, wer gemeint ist. Ich glaube, wir wollen den Break machen, oder? Na, du weißt, wer gemeint ist, ne? Wer das System übernehmen will. Ja, der Hauptcharakter aus dem Singleplayer, oder? Wie heißt das? Nein, nicht der Hauptcharakter, der Hauptchor, ne? Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, der Chor. Das Chor, die Chor. Genau. Ah, die Chor. Genau. Aber wir machen hier jetzt ein Päuschen. Das wird, das ist schon ganz schön lange. Definitiv. Genau, aber wir haben es ja extra so gemacht. Das war gewollt. Genau. Das ist ein Entertainment. Deswegen, und jetzt wollen wir ein Päuschen machen. Deswegen, tschüss. 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 Tschüss.